Eine Tradition wird fortgesetzt. Der neue Megane Renault Sport profitiert vom gesamten Fachwissen der Renault Sport Technologie. Der Megane Renault Sport wird ausschließlich als Coupé und als Benziner angeboten. Sein unverwechselbares Design ist deutlich durch den Formel 1 Rennsport beeinflusst. Dies zeigt sich insbesondere an seinem Front-Spoiler, der in seiner Form an den Frontflügel des Formel 1 R28 erinnert. Die Kotflügel und Einstiegsschwellerverbreiterungen, die 18 Zoll Aluminiumfelgen sowie das mittig angeordnete und in den Diffuser integrierte Abgas-Endrohr betonen zusätzlich den sportlichen Charakter dieses Fahrzeugs. Auch der Innenraum erinnert an die Welt des Rennsports. Schalensitze, ein Lenkrad mit Daumenauflagen, Pedale aus Aluminium und ein Drehzahlmesser mit gelbem Hintergrund, einschließlich einer Gangwechselanzeige mit akustischem Signal. Als verschwindliches Fahrzeug mit hoher Leistung bietet der neue Megane Renault Sport maximales Fahrvergnügen bei optimaler Sicherheit, bedingt durch sein ausgezeichnetes Fahrverhalten und seine außerordentlich präzise Lenkung. Bei seiner Einführung stehen zwei unterschiedliche Fahrwerke optional zur Auswahl. Das Sportfahrwerk ist für Kunden gedacht, die ein gut ausgestattetes, sportliches, aber dennoch komfortables und kompaktes Fahrzeug suchen, das kundenspezifisch angepasst werden kann. Das Cup-Fahrwerk ist für die Experten und den Fahrern gedacht, die auf Leistungskraft und ein aufregendes Fahrerlebnis Wert legen. Beachten Sie, dass verschiedene Ausstattungspakete zur Verfügung stehen, sodass der Kunde das Fahrzeug ganz nach seinen Wünschen anpassen kann. Der neue Megane Renault Sport ist mit dem Motor F4R Turbo ausgestattet, der verschiedene Weiterentwicklungen gegenüber seinem Vorgänger erfahren hat. Zu den Beispielen für diese Weiterentwicklung zählen ein Nockenwellenversteller, ein Lufteinlass, der zum Tumble-Effekt beiträgt, und ein Twin-Scroll-Turbolader mit einem Ladedruck von bis zu 2,5 Bar. Die Leistung wurde auf 184 kW bei 5.500 Umdrehungen pro Minute und das Drehmoment auf 340 Nm ab 3.000 Umdrehungen pro Minute angehoben. Dieser Motor erfüllt die Grenzwerte der Schadstoffnorm Euro 5. Höchst Baltimore 49.00 Uhr 4.00 Uhr 5.000 Umdrehungen pro Minute an